So, Servus habe ich deri Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial Video auf meinem Kanal. Wir sind heute bei meinem Homespot bei den Redneck Trails und ich würde euch heute gerne einen ganz stylischen aber doch relativ einfachen Trick lernen und zwar einen Tabletop und einen Invert. Egal ob ihr mit dem Dirtbike im Dirtpark unterwegs seid oder mit dem Bigbike auf einer Jumplane, ein Tabletop geht immer und schaut immer gut aus. Auf Fotos oder von einem Drop runter oder über ein Table, Double, was auch immer. Schaut immer geil aus und der Invert noch viel geiler. Ja und wenn ihr keine Idee habt, was ihr in die Kommentare schreiben sollt, lasst einfach ein Tabletop in die Kommentare stehen, damit ihr meinen Kanal ein bisschen unterstützt und einen Algorithmus anstoßt. Das hat mich mega gefreut auf jeden Fall. So, let's go. Ich sage, wir fangen jetzt einmal an mit dem Tutorial. Und zwar nehmt euch dazu einfach eure Bike in die Hand und dann fangen wir mal mit dem Tabletop an. Beim Tabletop fangt ihr am besten so, ihr stellt euer Radl auf dem Hinterreifen, nehmt die Bremse in die Hand und übt einmal die Armbewegung für den Tabletop. Und zwar bei einem Tabletop schaut das so aus. Da geht der rechte Arm, in meinem Fall, ich stell mich rechts vorne, geht der rechte Arm zwischen dem Körper und dem linken Arm durch. Schaut so aus. Und das könnt ihr einfach mal üben, indem ihr quasi auf dem Hinterreifen steht. Was noch wichtig ist bei einem Tabletop, bei mir in dem Fall geht quasi der Arm, den wo ich durchstecke oder die Hand, die geht oder die dreht sich nach vorne, damit ich den Lenker hier auch durchbringe. Der dreht sich quasi nach vorne und dann drücke ich den da durch. Beim Inward ist das quasi dann eigentlich Opposite in dem Fall. Da dreht sich dann quasi der linke Arm oder die linken Hand nach vorne und den stecke ich dann zwischen dem rechten Arm und meinem Körper durch. So, nachdem ihr dann das mit dem Arm raus habt, fangen wir mal mit den Beinen an. Ich mache den Feller, dass die beim Tabletop ihren, also in meinem Fall ihren rechten Fuß dann halt so sehr sexy nach außen stricken. Schaut dann so aus wie so ein Frosch. Aber das machen wir nicht, sondern wir drücken quasi mit dem inneren Fuß oder mit dem inneren Knie drücken wir einen Rahmen rein. Schaut dann so aus und nicht irgendwie so wegstricken. Der linke Fuß in dem Fall, der bleibt quasi einfach auf dem Pedal drauf. Und ganz witzig, es hat bestimmt jeder schon mal gemacht auf dem Trampolin oder so. Da gibt es so einen hässlichen Sprung, der schaut so aus. Oder das machen auch viele Influencer bei ihren Fotos. Und zwar schaut das so aus. Nein, aber tatsächlich ist das von der Beinarbeit ähnlich wie ein Tabletop. Also beim Inward schaut das Ganze ein bisschen anders aus. Da seid ihr dann quasi mit dem hinteren Fuß innen. Der streckt sich quasi eigentlich da nicht so rein und dreht sich auf dem Pedal nach innen. Ihr steht quasi unten mit dem hinteren Fuß und der andere, also der rechte in meinem Fall, der streckt sich zwischen einem Rahmen und einem Sattel durch. So einen super Spezial-Trick habe ich noch. Und zwar könnt ihr hier einen Inward mit dem Käfer trainieren. Schaut zwar ein bisschen lustig aus, aber helft euch. Linke Fuß streckt sich durch und der rechte zwischen Sattel, Spitze und Rahmen. So bevor das wir jetzt hier lang Reden schwingen, da ich sage, wir schwingen uns lieber aufs Bike und try einen Tabletop. Dazu sucht euch am besten einen Flyout oder ein Table, da wo ihr drauf springen könnt, dass wir den mal ein bisschen üben. Packen wir an. Sattel, dreht dich zusammen. Das tut dir Pretty the first pure genau. Der Cameltop haut ganz gut hin, jetzt probieren wir einfach mal den Invert so ein bisschen abwechseln. Der Cameltop haut rein, jetzt probieren wir einfach mal den Invert so ein bisschen abwechseln und dann probieren wir einfach mal den Invert so ein bisschen abwechseln. So Jungs und Mädels, das war's mit meinem Tutorial How to Tabletop und How to Invert. Ich hoffe euch hat das Tutorial geholfen, lasst es mir in die Kommentare wissen und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo auf meinem Kanal, da würde mich mega freuen. Und in Zukunft gibt es noch mehr neue MTB-Videos. Na ja, bevor ich das vergieße, schaut auf jeden Fall noch auf unserem Online-Shop vorbei www.shred-culture.com. Da haben wir ein bisschen so freshen Stuff, schaut vorbei und wenn euch was gefällt, gönnt euch einfach was. Also, hab ein Deri, bis zum nächsten Mal.